Servus zu einer neuen Folge der Inside World Spirits Fiebel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Worum geht es in der Fiebel? Sie ist konzipiert für Spiritosenfreunde. Es geht mir um Fachwissen, das ich Ihnen vermittle, Fragen, die ich Ihnen beantworte, von Destillatfehlern über chemische Inhaltsstoffe bis hin zum Produkt im Glas, wie es sein soll, beziehungsweise wie es eben nicht sein soll. Was ist Albedo und was ist Flabedo? Jeder von uns, der Zitrusfrüchte liebt, der weiß, dass innerhalb der Schalen die Frucht sitzt. Die einzelnen Fruchtteile werden durch das sogenannte Albedo, diese weißen Fäden, getrennt und innerhalb der Schalen ist das sogenannte Flabedo. Die Schalen, beziehungsweise gemeinsam mit dem Flabedo, geben die Aromatik ab und die ätherischen Öle, die typisch für die unterschiedlichen Zitrusfrüchte sind. Und diese Albedo-Fäden geben eben Bitterstoffe ab, die bis ins Destillat reichen und erkennbar sind. Als Ames Gößer wierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS TV oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.